Ja Leute, ich bin's, euer Jair Wrecked Profi und begrüße euch herzlich zu einem neuen Video auf diesem Kanal. In diesem Video handelt es sich um die iOS 7. Apple hat nämlich am gestrigen Abend die neue Beta, also die iOS 7 Beta 2 veröffentlicht. Weitere Infos dazu in diesem Video. Viel Spaß! Die iOS 7 können Apple Entwickler natürlich ganz einfach im DevCenter laden und dann über iTunes aktualisieren, beziehungsweise, was noch viel einfacher ist, falls ihr schon auf der iOS 7 Beta 1 seid, könnt ihr auch ganz einfach über die Softwareaktualisierung in den Einstellungen eures iDevices die iOS 7 Beta 2 laden und aktualisieren. Wer kein Apple Developer ist, der kann sich die iOS 7 Beta entweder laden, falls er von einem anderen Apple Entwickler die UDID registriert bekommen hat. Dort müsst ihr einfach im Internet euch umschauen, wenn ihr einen Apple Entwickler findet, der dies macht. Manche machen das dies kostenlos, manche wollen dafür aber auch einen kleinen Geldbetrag. Müsst ihr euch einfach mal umschauen, ist aber eigentlich relativ einfach zu finden. Ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit, dies mit einem kleinen Trick in iTunes auch als Nichtentwickler zu laden. Dazu aber vielleicht in einem nächsten, einem folgenden Video mehr. Nun zu iOS 7 Beta 2. In der Beta 1 war es ja so, dass die Beta nur auf dem iPod Touch 5G, den iPod Touch 16 GB und dem iPhone 4, 4S und dem 5 verfügbar war. Nun wurde auch eine iPad-Version bereitgestellt mit iOS 7, welche also auch auf dem iPad 2, 3, 4 und iPad Mini läuft. Diese iPad-Version beinhaltet funktional jetzt nichts wirklich Neues im Gegensatz zur iPhone-Version. Es wurde halt einfach nur an das iPad angepasst. Trotzdem werde ich die iPad-Version, falls ihr dies möchtet, wahrscheinlich auch auf meinem iPad installieren, sodass ich dann auch ein Review, beziehungsweise eher gesagt eine Dev-Preview zu iOS 7 machen kann. Schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, ob ihr daran interessiert seid oder ob ihr das lieber dann, wenn die iOS 7 N-Version im Herbst rauskommt, ob ihr dann lieber ein Review dazu wünscht oder ob ihr jetzt lieber ein Video haben wollt. Und es wurden zwar Verbesserungen vorgenommen, die ich auch gleich nochmal ausführlicher ansprechen möchte in iOS 7 Beta 2. Trotzdem würde ich euch nochmal davor warnen, sofort die iOS 7 Beta zu installieren, da diese natürlich immer noch Bugs und drastische Akku-Probleme beinhaltet. Die wurden zwar verbessert, aber daher würde ich trotzdem vorher empfehlen, eure SHSH-Dateien mit Tiny Umbrella zu sichern. Wenn ihr danach wieder auf die iOS 6.1.3 oder die iOS 6.1.4 downgraden könnt, nicht dass dann das Gestreit danach wieder groß ist, dass die iOS 7 so schrecklich sei und ihr dann wieder nicht mehr zu iOS 6 zurückkommt. Also da würde ich auf jeden Fall nochmal aufpassen. Wer nicht weiß, was SHSH-Dateien sind und wie man diese sichert, dem verlinke ich dazu nochmal ein Video in der Beschreibung. Falls ihr dies wünscht, kann ich auch nochmal ein Video dazu und auch zum Downgrad machen. Und ja, das war es dann eigentlich schon mit den ganzen wichtigen Informationen vor dem Update auf die iOS 7 Beta 2. Kommen wir nun zu den Neuerungen. Nochmal eine kleine Information zum Downgrad von der iOS 7 Beta 2 zu iOS 6.1.3 bzw. iOS 6.1.4. Also es ist zwar möglich, von der iOS 7 Beta 2 auf die iOS 6 zurückzugehen, auch wenn man seine SHSH-Dateien nicht gesichert hat. Und zwar das Ganze einfach mit dem Trick, den ich vorher erwähnt habe, womit man auch zum Beispiel als Nicht-Entwickler schon die iOS 7 Beta draufladen kann. Dann vielleicht kann ich euch das ja auch nochmal in einem Video zeigen. Es geht eigentlich ganz einfach. Also nicht, dass es da Verwirrung gibt. Ihr müsst natürlich nicht eure SHSH-Dateien sichern, wenn ihr zurück wollt. Aber trotzdem würde ich sagen, das bietet sich immer mal an. Man weiß ja nicht, was die Zukunft so bietet. Also auf jeden Fall meine Empfehlung an euch, SHSH-Dateien sichern. Kommen wir nun aber zu den Neuerungen. Ja, also die erste Neuerung befindet sich erstmal bei Siri. Und zwar könnt ihr, wie Apple es auf der Kino und angekündigt hat, nun bei Siri wählen, ob ihr eine männliche oder eine weibliche Stimme haben möchtet. Das finde ich auch eigentlich ziemlich cool. Als nächsteres wurde die Änderungs-App nochmal ein bisschen neu designt im Interface. Also eigentlich nur die Suchleiste sieht jetzt ein bisschen anders aus. Eigentlich auch ganz stylisch. Der Lockscreen, da haben wir jetzt neben dem Entsperren-Titel so ein paar Pfeile. Ist eigentlich eine Verbesserung, die eigentlich keinen Mensch braucht. Aber na gut, wenn sie es wollen. Dann noch hier in der Voice-Memo-App, also die Sprach-Memos-App. Diese gab es ja beim iPhone nicht in iOS 7 Beta 1. Und die wurde halt nun nachgerückt. Und die ist eigentlich auch ziemlich cool. Sieht gut aus. Wollte natürlich auch redesigned für eigentlich alles in iOS 7. Und das ist eigentlich auch eine coole Sache jetzt hier in iOS 7 Beta 2. Und dann noch hier im Control Center sind die Buttons für die Uhr und sowas noch ein bisschen neu designt. Ist jetzt auch nichts Großes, nur ein paar kleine Anpassungen. Und ein aktualisiertes Find-My-iPhone-Icon ist jetzt auch nichts Großbesonderes. Und dann hat der News-Stand noch ein Redesign erhalten. Hier haben wir zum Beispiel auch den Hintergrund. Der wirkt etwas transparenter. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Und dann hat noch die Wetter-App ein kleines Update bekommen, dass wir nun einen Button haben, wo wir eine Übersicht über alle unsere Wetterorte, sage ich jetzt mal, die wir dort eingetragen haben, sehen können. Damit wir nicht nur einen gerade sehen können. Also wir haben da so eine nette Übersicht. Sieht eigentlich auch ganz stylisch aus. Also eigentlich keine großen neuen Funktionen. Hauptfunktion natürlich jetzt, dass es für das iPad verfügbar ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Und natürlich Siri, dass es nun männlich und weiblich Stimme hat. Und ansonsten ein paar kleine optische Neuerungen, die jetzt nichts Besonderes sind. Ja, das war es dann eigentlich auch schon alles zu iOS 7 Beta 2. Wenn ihr nochmal die Neuerungen und generell alles, was in iOS 7 jetzt neu reingekommen ist, nochmal in einem richtigen, ausführlichen Review live in Aktion sehen möchtet, dann schreibt mir das nochmal in die Kommentare. Dann werde ich mir auch die iOS 7 Beta 2 auf mein iPad laden. Und das Ganze für euch testen wird wahrscheinlich auch nochmal ganz spaßig damit. Wie gesagt, bedanke ich mich fürs Zusehen, weil euch dieses Video gefallen hat. Was ich natürlich hoffe, könnt ihr diesem Video gerne einen Daumen nach oben geben. Denn ihr wisst ja, ist der Daumen oben, wird man euch loben. Oder ihr könnt den Kanal hier unter diesem Video abonnieren. Denn ihr wisst ja, ist der Abonnieren-Button gedrückt. Habt ihr viel Glück. Und wir sind entzückt. Ich hoffe, ihr könnt euch diesen Spruch noch weiterhin merken. Und ja, haut rein Leute. Bis zum nächsten Video. Euer Jailbreak-Profi.